Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play Together mit der Kathi Guild Wars 2 Siehste ich freue mich nicht so wenn ich Hallo sage Hallo Naja, als wenn du das erste Mal Hallo sagen würdest, ne? Jedes Mal Das ist echt lustig So, wo gehen wir denn hin? Gehen wir weiter hoch oder weiter runter? Oder? Ne, warte mal, warte mal ganz kurz Ach ne, da unten hört die Karte ja schon auf 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 Genau, dann gehen wir weiter hoch Aber wir müssen das erst aufdecken Das Ja, aber wir müssen hier auch mal aufdecken Und eigentlich müssen wir das Ganze hier machen Ach ne, das haben wir ja schon gemacht Ich kann gerade nicht ganz erkennen hier, was du genau meinst So Oh Ach Schreib halt noch langsamer Ach Warte, jetzt, jetzt, pass auf So, jetzt hört aber auf zu spinnen hier, echt, ich geh jetzt, schau Jetzt, guck her Karl Die Straße vor euch ist gefährlich Seid vorsichtig, wenn ihr weiter reist Halt deine Fresse Schön, dass Ausrufe zeichnen hat Der ist immer so fies, Leute, echt Am liebsten würde ich den manchmal einfach nur Boom Und so Hier ist ein Mitspieler gestorben Das Ist nie mein Problem Ey, hallo, das ist nicht nett Ja, Mann, wie soll ich denn da hochkommen Ah, Chrissy, die sind Level 9 Chrissy, die sind Level 9 Verdammte Scheiße Du hast dir doch diesen behinderten Weg ausgesucht Ja, wo soll ich denn sonst lang gehen, verdammt Boah, ey, ich hab keinen Plan, ey Irgendwas müssen wir doch jetzt tun Wir können's nicht mit Level 9 aufnehmen Ja, ach, nee, das hab ich auch schon mitgeriegt Du wusst verfolgt übrigens Hier Hab ich schon fast ganz alleine getötet Ja Hier sind die noch Level 7 Ja, aber wo wollen wir denn sonst noch hin, ne? Hier oben Hier ist Level 8 Ja, aber dazu müssen wir auch da hin Ja, komm, wir gehen einfach mal Ach, mein Tiergefährd ist gestorben Einfach neues geholt Fetzt Ja, die Moskitos sind auf Level 9 Ach, nee Komm, wir schleichen uns hier einfach durch irgendwie Durch die Menge, durch die Mitte Ja, das ist so akzeptabel Guck hier, hier an der Doch, an der Seite An der Seite lang Ja, aha Ah, du greifst Du wirst schon angegriffen wahrscheinlich Richtig? Nein, 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 nein Oh, du hast ein süßes Gleitsdschungel-Eber getötet Wie fies bist du eigentlich? Oh, ja, ist ja gut Und myötig nur bye-bye Oh Ich geh echt hier außen lang Chris, ich bleibst du das nicht Ich bringe dir gleich ein paar Sachen nicht Nö, doch mal Oh, Korotten Korotten? Korotten, okay Verstehst du nur das, was du verstehen willst Nö Ja, ja, schon klar Huch Ach, geht halt auf mich und nicht auf die Karte Oh, danke, jetzt geht auf die Karte Tschüss In letzter Zeit hole ich mir ein paar Karotten Vor allen Dingen, wir sind übelst zu unserem Ziel gegangen Also ich muss schon sagen, Chrissi Tschüss, haut rein Du wirst echt voll der Pfadfinder, muss man schon sagen Wir sollten, wollten eigentlich nicht da runter, das ist dir schon bewusst, oder? Der Marmolte, wir wollen Nö, wo willst denn du hin, Chrissi? Ohne Scheiß jetzt mal Ey, boah ey, immer muss ich dir Komm wir mal zurück Wieso immer? Ich bin bisher immer da hingegangen, wo du gegangen bist Ja, jetzt lass mich einfach in Ruhe Halt doch die Gösche Ey, immer muss ich mir das antun, ehrlich mit dir Das ist langsam nicht mehr feierlich, verdammt Ich find das nicht lustig Nee, frag mich mal Ey, da wird so ein Dschungel eben angegriffen Ich kann dem leider nicht helfen, weil ich noch nicht das Level erreicht hab Ich werd dem helfen, ah, äh, nicht helfen, äh, helfen Oh, hier gibt's so viel einzusammeln und ich kann einfach nicht Ja, weil du es nicht kannst Nee, das stimmt Du kannst Oh, wir müssen irgendwie da hoch und dann müssen wir irgendwie da Ist er grade Oh Wie du das immer anstellst, frage ich mich Na ja Hm, schon klar Ich glaub, es kann nicht, was anderes geht Ich warte vor euch ist gefährlich Wie auch wenn wir uns das noch sagen Etwas kommt, guck mal, die sind Level 5 Und ich finde Ach, nee, wir haben ja auch gerade gleich Ja, aber da müssen wir auch hin Ich bin Ach ja, die mag ich, die sind cool Die töten mich nicht wenigstens auf Die töten mich wenigstens nicht gleich auf Anhieb, so jetzt hab ich's Ich war die immer ganz ruhig, hm Dann wird das schon mit der deutschen Sprache Vor allen Dingen, warum greift mein Gefährte einfach so gar nix an? Warum greift mein Gefährte einfach alles an? Und du musst es umstellen Äh, nein Schlau, aber stimmt Und wir haben ein Herzchen gefunden Wer ist jetzt zwei, was benutzt, hier kommt Aufmerksamkeit, umso Ich bin gleich übrigens, der will sieben Ich auch Ja Da können wir es ja schon fast mit dem bösen Moskitos aufnehmen So Wir müssen mit dem Sprechen hier Einen Moment Hört die Aktivität Ich bin bereit Oh Ich bin bereit Du hast das Oh vergessen Oh Na doof lachen tue ich jetzt nicht Halt Ey, weißt du, du kannst mich irgendwann mal voll an der Pupe kratzen, aber so richtig Wie sieh ich denn jetzt aus? Oh, wie süß Ohohohoho Oh mein Gott Was soll ich denn jetzt hier tun? Begrüßen? Nö Mach das kurz Ach, hier. Das soll man machen. Ach ja. Klar, beseitigen. Geh weg, mein Welpe. Sorry, ich hab euch nicht gesehen. Herzlich willkommen, Micha. 37 Minuten danach. Ja, wir sind jetzt grad voll am Aufnehmen, Micha, ne? Ja, sorry. Ja, also Hallöchen. Das ist der Mecher. Ja, ich hab euch schon im Guild Wars Channel gesucht, weil ich meinen Termin dann scheiße. Ne? Okay. Wir sind jetzt grad voll im Albtraumhof. User, live, timer. Ja, sorry. Hast du den Timer gemacht? Ja, hab ich. Ist der Micha jetzt wieder weg? Weiß ich es nicht. Micha? Ja, ist weg. Das war unser Spielgefährte in Guild Wars. User, join the channel. Hallo, Micha. Ich bin grad übelst am Albtraum-Dor-Land kämpfen und so. Warum nicht das Tim? Ich hab keine Plätze. Da fang kein Level 5 von mir. Aber ich hab wieder Level 2 von mir drauf. Aber, so haben wir ja. Ja, wir sind noch ein bisschen drunter. Meine Kleinsten, die ich habe. Ähm, Chrissi hier hinten ist übrigens, ähm, die, ähm, Fertigkeit, ein Fertigkeitspunkt. Ja, ja, schon klar, hab ich schon gesehen. Aber hast du nicht herzlichen Fertig? Du bist schon fertig? Ähm, nö, aber ich mach das so nebenbei. Ich hab jetzt keine Ahnung, was ich hier getan hab, aber egal. Ja, ja. Chrissi, Hilfe! Oh, ach, jetzt muss ich auch gegen den Tückkampf. Hier, warte, bin sofort da. Warte, hier, nicht sterben. Ja. Oh. Scheiße. Der werfe mit steigen, so lange du kannst. Okay. Ja, ich komme. Ich brauche Hilfe! Mein Inventar ist voll, dass du sowas willst. Ich habe den Fertigkeitspunkt, yay. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen, yay. Ja, okay, jetzt sind wir aber zu zweit. Hier rein musst du. Jetzt bin ich voll bereit, mit dir zu kämpfen oder zu sterben. Vielleicht stirbst du nicht. Oh, hey, Mann. Hier, du, Wille. Genau. Ey, ne, wie mein Gefährte hier einfach über das Ding drüber klettern kann. Ja, es ist halt im Bar, hallo. Ey, und wir müssen es erst kaputt machen. Guter Welpe. So, was muss ich denn hier machen? Oh, Gefangene. Seid nicht blind vor Stolz gegenüber eurem eigenen Schmerz. Ja, das nehme ich. Ah, Papa. Im Albtraum auf. Ich poste dir mal eine Wegmarke. Oh, hier, wie mache ich das? Laden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe hier alles. Aber ist ja auch vollkommen egal. Hier bin ich. Albtraumdolan, komm, den nehmen wir mit. Also ein bisschen da in der Nähe. Wer, wer nehmen wir mit? Den da. Ah, ja, klar. Oh, der ist ja vollmovig drauf, oder? Ah, nein, der bewegt sich so. Geil und Martikur. Voll krass konkret. Ehebrett. Herzenquess fertig. Oh, ich auch. Waffenwechsel. Yay, es ist schön, dass ich noch keine zweite Waffe habe. Wieso nicht? Ähm, ja, was, was ja auch noch nicht so genommen. Das findet man doch alles. Na ja. Na, wir noch nicht. Guck, ich tröse jetzt erstmal die gefangenen Hunde hier. Hey, du bist aber der Alter. ja und aber auch ich habe ein Herz für virtuelle Tiere es war kein Entschuldigung da doch alles in die Welt einfach wieder hier raus in der Zeit der Konkurrenz mit dem so ich bin übrigens Level sieben er ist auch schon und anstatt halten ich bin ein Necromant das ist alles Level 8 Level 8 necromant du weißt dass du da Zepter und Stab tragen kannst komm Chris wir gehen mal hier hin ich werde irgendwie angegriffen komm wir porten uns mal dahin ach ja jetzt komm mit dem 40er das ist mal jetzt weiß ich auch wohin ok Katja hast du jetzt echt nicht mitgekriegt wohin ich such dich jetzt halt auf der Karte ja hier oben ja ich komm ich auch nicht und wir wollen zu dem Fertigkeits äh Fähigkeitspunkt ich verwechsel das immer ob kommt und er ist tot Schrott verkaufen und ist er tot mhm nein das soll wohl sein jetzt gucken wir kann ich mich tragen das kann ich tragen yeah ich hab endlich neue Schuhe das könnte ich tragen ist aber zu scheiße so so dann kann ich nämlich das wieder verkaufen so alles fein alles fein dann warte 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 kann ich warte ich gebe bloß hier fix um was gehe ich mir jetzt eigentlich holen ja da gibt es doch gerade heute sprichlich ich mir zu holen ja wo zeigt ihr denn ich poste noch mal eine Geldmarke der Geldmarke die Geldmarke repräsentiert ihr ja ich hab doch ja keine Ahnung ja machen wir natürlich wie heißt ihr denn ähm ich leid auf den Tag und ich bin eine X-Germas-Zockmischer ja wie in einem anderen diversen spiel du wirst bestimmt die die bierkugel könnt ihr mich in Gruppe laden ja schreibt eigentlich gleich musst du oder nicht du musst doch bloß warte ich mach das micha ich mach das äh ich wenn ich bei Gilde das mach heißt warte mal ich kann das anders ich kann es ja auch anders machen in Gruppe laden hab ich jetzt gemacht ja besser soll ich besser warte lass mal hier das Event mitmachen so dann kann ich euch nämlich besser finden mit 100% weißt du ja oh hier diesen Leontos Dings da beschützen also der Micha spielt jetzt übrigens mal ganz spontan mit mit uns wen sollen wir beschützen ach den da unten oh hallo ja hallo wenn wir die Untoten nicht aufhalten drängen sie den Strand hinauf und betreuen den Aussichtspunkt hab ich den Aussichtspunkt schon hab ich den Aussichtspunkt schon könnt ihr einen Samen entbehren aber natürlich aber natürlich ähm hier gibt es auch ein äh ein äh ein äh Jumping Run Pass Dings da ne ähm wollt ihr das machen ah wir machen ja erstmal hier nach der dieses Ding Event Teil und da können wir das mal machen du zeigst es ist ja ähm gehen soll jetzt eigentlich kämpfen hier auch hallo wir kommen bestimmt vielleicht irgendwelche Wellen vor allen Dingen kannst du dein Samen eigentlich Los Samen wir brauchen mehr Nerven schnapp euch einen Samen und helft ja dann gibt mir doch noch ein Samen und helft ja dann gibt mir doch noch ein Samen und alle unsere Taten spiegeln sich im Traum ich weiß zwar nicht warum ich den ständig hier machen soll aber ach da kommt irgendwelche Wellen echt wo an der ah gibt mir mal noch ein Samen ich hab grad Spaß hab grad Spaß hoch das sind sehr hallo meine Lieben herzlich willkommen bei uns wir haben noch mehr als ein Versuch ja irgendwie so müde der hat er nicht schlafen äther Schlussteil du hast ja auch so ein hässliches wie ich einem kompletten äther Schlüssel zusammen zu sitzen ha ha das wird unser letztes Gefecht ach guck ich kann da was sammeln gehen wow ja zu welchem Aussichtspunkt meinte die Olle ja schnappt sich einen Samen handelweise das hört sich total äh naja egal fuck egal kack egal was klar laber ich heute scheiße egal so da ist grad gegenüberliegend der Aussichtspunkt wenn wir schon zum König gehen ich hätte einfach mal alles an hier so so hier die Vogelspinne auch ach ne Dschungelspinne auch noch das ja ich bin ja da ja ich bin ja da ja ich bin ja da jetzt hier nochmal Samen sehen und so und du hast einen Stopp an äh 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 waldi ja scheint so aber ich komm hiermit nicht richtig klar irgendwie doch waldi ist das beste was es gibt man ey ich bereue ich schon wieder dass ich so einen Scheiß genommen hab hier ach du du gewöhnst dich dran wenn du du wirst spaß dran haben glaub mirs ja mal gucken ich muss du fängst ja wenn es uns von unten an und ich hab ihn gepusht bis 27 also ich hab erst mal gar keine Ahnung gehabt ne mit wem redest du jetzt mit mir oder nein mit mir verstehst du das nicht mensch wir brauchen mehr Mörser wir brauchen mehr Mörser schnappt euch einen Samen und helft ich kann das schon auswendig du bist extrem du bist extrem ja total weißt du wenn wenn ich mit meinem Handy jemanden anrufe dann quatscht mich da auch so eine Vodafone-Tante immer zu ich kann den Text schon alles auswendig ey ähm schön schön ich gehe jetzt trotzdem diesen Fertigkeitspunkt holen ey weißt du was da mach ich mal ganz kurz mit echt? Wahnsinn nein oh ich glaube ja man muss hier rum ok mal sehen wer zuerst ankommt ich mach ja erst du nein tja Kathi oh nein warte ich komme ich erscheine ist ja auch egal wette gewonnen nö du hast ja gar nicht gewettet äh was Veteranenwurm aha warte doch auf mich verdammt die rennen hier rennst du da grad weg von dem Typen ja wenn ihr so rennt wie die Paltse meinen hier unseren voll erfahrenden wo ist der der Veteranenwurm bei uns dann vielleicht hier bei mir ich betreut ja bleib einfach liegen naja ich mach den Wurm dankeschön bitteschön ah da hätte auch liegen bleiben können ah ich hab ihn jetzt ich hab ihn jetzt mal schnell oh warum warum kriege ich denn nie so'n blöden ich kann hier nie was sammeln da also nach meiner Fähigkeit ja ich wollte ihn ja aus eigentlich wollte ich den ja ausbeuten aber ist ja auch jetzt auch egal ne so dann würde ich sagen ist auch wieder Schluss für heute ey ich werde angegriffen hilf mir hilf mir nein oh ja ich lass es du bist so fies so Schluss für heute Chrissy ja haut rau dann bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss